Weihnachtszeit ist auch Glühweinzeit. Und hier am St. Galler Weihnachtsmarkt gibt es ganz viele verschiedene Glühwein. Und wir gehen diese für euch testen. Ganz speziell, es ist nicht so ein klassischer Glühwein, habe ich das Gefühl. Er ist sehr luftig, etwas wässrig vielleicht auch. Man schmeckt den Wein nicht extrem aus. Er ist auch nicht so süss, wenn ich mir einen Glühwein vorstelle. Aber alles in allem gibt es sicher mehr als die Hälfte der Punkte, würde ich jetzt mal sagen. So, jetzt haben wir alle Glühwein an dem Weihnachtsmarkt hier in St. Galler getestet und sind zu einem knappen Ergebnis gekommen. So, der Sieger, der ist hier hinter mir, nämlich das Nutz. Er hat sich ganz knapp durchgesetzt, weil sein Ambiente ist einfach noch schöner als das von allen anderen. Und das war dann der Ausschlag, dass er mit zwei kleinen Pünktchen Vorsprung den Sieg eingeholt hat.